Tirols Landeshauptmann Günther Platter ist nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz als Bundeskanzler weiter auf Distanz zu ihm gegangen. Obwohl Platter Kurz anfangs weiterhin im Amt sehen wollte, fand er nun, dass die Vorwürfe doch zu schwer wiegen würden. Das sagte er am Dienstag der Tiroler Tageszeitung. Er forderte, dass der neue Kanzler Alexander Schallenberg die Regierung ohne Einflussnahme nach seinen Vorstellungen führen kann und betonte, ein Schwarzer zu sein. Nach der Wahl von Kurz zum Klubobmann im Nationalrat sei es wichtig, dass künftig unabhängig von persönlichen Befindlichkeiten jede und jeder ihrer bzw. seiner Rolle nachkommt, so Platter. Für Schallenberg gelte nun, dass er die notwendigen Weichenstellungen trifft, um die Eigenständigkeit der Politik und seiner Regierung klar zu definieren, riet Platter dem erst am Montag angelobten Kanzler. Er erwarte sich nach der Regierungskrise Ruhe, über Neuwahlen sollte man sich keine Gedanken machen, meinte er. Platter hatte sich Donnerstagabend stellvertretend für die ÖVP-Landeshauptleute vor die Kameras gestellt, um Kurz den Rücken zu stärken. Es gebe aber schwerwiegende Vorwürfe, die man nicht wegwischen kann, beurteilte Platter die Sache nun anders. Für den Landeschef waren die am Freitag bekannt gewordenen Chats sowie das Abzeichnen einer Koalition aus Grünen, SPÖ, FPÖ und NEOS aufschlaggebend dafür, dass er für einen Rücktritt von Kurz als Bundeskanzler war. Platter hielt außerdem fest, dass er ein Schwarzer sei, er habe mit der türkisen Bundes-ÖVP schon immer andere Anschauungspunkte gehabt. Härter mit Kurz ins Gericht ging der schwarze Tiroler Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl. Kurz solle sich komplett zurückziehen, forderte er. Es wird jetzt schon von einem Schattenkanzler Sebastian Kurz geredet, kritisierte Zangerl. Für einen Neuanfang in der ÖVP und in der Bundesregierung sollte alles absolut besenrein übergeben werden, meinte er. Untertitelung des ZDF für funk, 2017